Für ein genähertes Ergebnis schalten wir zunächst in den Dezimalmodus. Nun geben wir erst die Gleichung ein. Dann markieren wir die Gleichung und gehen ins Interaktivmenü, Gleichung und wählen den Befehl Solve. Der Assistent bietet uns eine numerische Lösung an. Hier könnten wir dann einen Startwert eingeben und den Bereich, innerhalb dessen eine Lösung gesucht würde. Das ist hier nicht nötig. Wir bleiben im CAS. Kontrollieren, dass wir nach der richtigen Variable lösen und bestätigen mit OK.